Die Belagerung von Petersburg war eine militärische Operation während des amerikanischen Sezessionskrieges, die vom 9. Juni 1864 bis 25. März 1865 östlich, südlich und westlich von Petersburg, Virginia stattfand. Der Begriff Belagerung von Petersburg hat sich eingebürgert, obwohl Petersburg weder von den gegnerischen Truppen umzingelt noch von jeglicher Versorgung abgeschnitten wurde. Der Feldzug bestand auch nicht ausschließlich aus Angriffen gegen Petersburg. Nach neun Monaten Grabenkrieg konnte die Nord-Virginia-Armee ihre überdehnten und ausgedünnten Linien nicht mehr halten, was zum Zusammenbruch der Front und zum Ausweichen während des anschließenden Apomattox-Feldzuges führte. Nach Coltabert zeigte der Feldzug erneut, wie es 50 Jahre später in den Schützengräben der Westfront des Ersten Weltkrieges aussehen sollte. Strategie und Taktik 1864 benötigte die Regierung Lincoln unbedingt einen Erfolg. Deshalb ernannte der Präsident im März Generalleutnant Ulysses S. Grant zum Oberbefehlshaber des Heeres. Dieser ordnete Offensiven auf allen Kriegsschauplätzen an. Er beabsichtigte, den Krieg noch im November 1864 zu beenden. Dazu ließ er besonders die beiden großen konföderierten Armeen angreifen, um sie an gegenseitiger Verstärkung zu hindern und so zu zerschlagen. Der westliche Angriffskeil zielte durch Georgia über Atlanta auf die Atlantikküste, der andere durch den Osten Virginias über Richmond, der Hauptstadt der Konföderation an die Grenze North Carolinas. Beide Angriffskeile sollten sich weiter südlich vereinigen und so den Krieg beenden. Mit der Durchführung der Operationen auf dem westlichen Kriegsschauplatz beauftragte er seinen Freund Sermon. Er selbst schlug sein Hauptquartier im Felde bei der Potomac-Armee auf. Von dort wirkte er unmittelbar auf die Operationen der Potomac-James- und Chen-Antois-Armee ein. Im dreimonatigen Überlandfeldzug versuchte Grant immer wieder die Nord-Virginia-Armee unter General Robert T. Lee links zu überflügeln, was ihm jedoch nie gelang. Der Überlandfeldzug endete mit der Schlacht von Coltabar vom 3. Minus 12. Juni 1864. Anfang Mai 1864 griffe die James-Armee über die Bermude-Handred-Halbinsel an und beabsichtigte die Befestigungen von Richmond anzugreifen. So sollte Lee gezwungen werden, Truppen aus Coltabar abzuziehen. Die Offensive hatte sich spätestens bis zum 20. Mai 1864 wegen energischen Widerstands der südstaatlichen Truppen unter Boregard festgelaufen. Die Hauptakteure auf Seiten der Union waren Generalleutnant Grant, Oberbefehlshaber des US-Heeres und die Generalmajore Medde, Butler und Sherry Dunn als Oberbefehlshaber der Potomac und der James-Armee und als kommandierender General des Cavalry Corps, Oberbefehlshaber und kommandierende Generale der Union, Ulysses S. Grant, George Gordon Medde, Benjamin Franklin Butler, Philip Sherry Dunn. Noch während des Feldzuges löste Grand Benjamin Franklin Butler von seinem Kommando ab und ersetzte ihn durch Generalmajor Edward A. A. Cressab O.R.D. Grant griff selten in die Operationsführung der Armee Oberbefehlshaber ein, behielt sich jedoch vor, das eine oder andere Korps mit aus seiner Sicht vordringlichen Aufgaben zu betrauen. Der Oberbefehlshaber der Nord-Virginia-Armee war General Robert T. Lee. Einen wesentlichen Beitrag zur Verteidigung von Petersburg leistete General P. G. T. Boregard. Zwei weitere wichtige Gehilfen ließ während des Richmond-Petersburg-Feldzuges waren Generalleutnant A. P. Hill und Generalmajor Gordon, Oberbefehlshaber und kommandierende Generale der Nord-Virginia-Armee, Robert Edward Lee, P. G. T. Boregard, A. P. Hill, John B. Gordon. Das Gelände östlich und südöstlich von Richmond war durch die Flüsse Chicahominy und James und den dazwischenliegenden Sümpfen geprägt. Die nach Richmond führenden Straßen boten witterungsunabhängige Bewegungs. Die östlich des James gelegenen bis in die Nähe Richmonds reichenden Newmarket-Hits Annäherungs- und Stellungsmöglichkeiten. Die Bermude-Handred-Halbinsel zwischen Apomatox und James war teilweise kultiviert. Petersburg war zu dieser Zeit die zweitgrößte Stadt Virginias und ein wichtiger Eisenbahn- und Straßenknotenpunkt. Nicht weniger als fünf Eisenbahnlinien führten durch die Stadt und über den Apomatox. Die Stadt war durch mehrere ausgebaute Verteidigungslinien im Osten und Süden geschützt. Das Gelände südlich und westlich von Petersburg war von vielen kleinen Wasserläufen durchzogen, die bei Hochwasser nur auf Brücken überquert werden konnten. Bereits am 5. Juni informierte Grant seinen Stabschef Halleck, dass er beabsichtige, Petersburg zu erobern, um die Versorgung der Nord-Virginia-Armee und der konföderierten Regierung in Richmond zu unterbrechen. Am 12. Juni brach er die Schlacht von Colt Haber ab und versuchte erneut die Nord-Virginia-Armee links zu überflügeln. Über eine 2200 Meter lange Potobrücke und auf dem Seeweg über den York und James nach City Point. Virginia verlegte er zunächst von Lee und bemerkt die Potomac-Armee über den James. Das Zielgrenz war die fünf Eisenbahnlinien zu unterbrechen. Im ersten Abschnitt des Feldzuges versuchte er die Stadt und die Eisenbahnbrücken über den Apomatox zu erobern. Im weiteren Verlauf des Feldzuges sollte die Union eine Eisenbahnlinie nach der anderen unterbrechen. Dazu holte Grant immer weiter nach Süden und Westen aus. Die jeweils erreichten Stellungen bauten die Soldaten zu Feldbefestigungen aus. Da General Lee während des Überlandfeldzuges den Vorteil der Verteidigung aus Feldbefestigungen verinnerlicht hatte, errichtete auch die Nord-Virginia-Armee gegenüber den angreifenden Truppen Grenzfeldbefestigungen. Der Feldzug setzte sich aus beweglich geführten Schlachten am jeweils äußersten Ende der Front und einzelnen Frontalangriffen von Feldbefestigung zu. Feldbefestigung zusammen Innerhalb der Feldbefestigungen herrschte ein Grabenkrieg, anfängliche Angriffe auf Petersburg. Der Bermude-Handrit-Feldzug der James-Armee unter dem Oberbefehl von General Major Butler hatte sich schon kurz nach dessen Beginn festgelaufen. Grant, der von Butlers militärischen Fähigkeiten nicht überzeugt war, verglich die Lage der James-Armee mit dem Inhalt einer verkorkten Flasche. General Major Butler suchte nach einer Möglichkeit seinen Ruf als politischer General wiederherzustellen. Er befahl deshalb Petersburg anzugreifen, der dadurch Südstaatentruppen vor seiner Front abgezogen werden müssten und die James-Armee erneut gegen Richmond vorgehen könnte. Rund um Petersburg hatten die Konföderierten schon während des Halbinselfeldzuges 1862 starke Feldbefestigungen angelegt. Die vorderste Linie erhielt den Namen des verantwortlichen Offiziers Demo. Sie war 16 Kilometer lang und schützte Petersburg nach Osten und Süden. Am 8. Juni überquerten 4.500 Mann, zwei Infanterie und eine Kavaleriebrigade den Apomatoks. Die Infanterie sollte die Demo.g-Linie von Osten, die Kavalerie gleichzeitig von Süden entlang der Jerusalem-Plankrot angreifen. Die Annäherung aller Brigaden wurde durch konföderierte Feldposten verzögert. Der gemeinsame Angriff wurde so verhindert. Nach einigen Geplänkeln entschloss sich der Kommandeur der Infanterie, den Angriff abzubrechen. Die Kavalerie traf auf eine Kompanie virginischer Miliz mit einigen Geschützen. Die Miliz bestand aus vielen alten und sehr jungen Soldaten. Deshalb hat das Gefecht auch den Namen Gefecht der alten Männer und jungen Burschen erhalten. Nach nahezu zwei Stunden gelang es der Nordstaaten-Kavalerie durchzubrechen. Inzwischen hatten die Südstaatler kaum verpuppten Ersatz aus Richmond nach Petersburg gebracht. Der Kommandeur der Nordstaaten-Kavalerie brach das Gefecht ab und wich mit der Infanterie über den Apomatoks aus. Die Verluste der Konföderierten betrugen 75, die der Union 52 Soldaten. Zweite Schlacht um Petersburg-Grant verschleierte den Abbruch der Schlacht von Colt Haber beginnend am 12. Juni so gut, dass Generale bis zum 17. Juni nicht an ein neuerliches Verschieben der Potomek-Armee nach Süden glaubte. Grant befahl Butler am 14. Juni des 18. Korps zu verstärken und beauftragte den kommandierenden General des Gore auf demselben Weg, den die Truppenteile der James-Armee sechs Tage vorher eingeschlagen hatten, Petersburg anzugreifen und einzunehmen. Die Truppenstärke des Gore betrug 16.000 Soldaten. Boregat standen 2.200 Soldaten unter der Führung Brigade-General Henry A. Wise einem ehemaligen Gouverneur Virginias zur Verfügung, die er im Nordosten der Democlinie einsetzte. Der James-Armee gegenüber auf der Bermuda-Handrethalbinsel setzte er 3.200 Mann ein. Der Zwischenraum zwischen den einzelnen Infanteristen in der Democlinie betrug ungefähr drei Meter, was zu der Zeit eigentlich nicht akzeptabel war. Smith begann den Angriff mit dem Überqueren des Apomatox in der Dämmerung des 15. Juni. Der Angriff war erfolgreich und warf die Konföderierten aus der Democlinie auf einer Breite von ungefähr 5,5 Kilometern zurück auf eine weitere Befestigung entlang des Harrison-Kriegs. Trotz dieses Erfolges entschied sich Smith, den Angriff erst bei Anbruch der Dämmerung vorzusetzen. Auch der kommandierende General des 2. Corps Generalmajor Winfield Scott Hancock, obwohl Dienstgrad höher und als angriffslustig bekannt, akzeptierte die Entscheidung Smiths. Boregat zog in Ermangelung irgendwelcher Weisungen aus Richmond 3.200 Mann von der Bermuda-Handrethalbin ab. Butler nützte mit der James-Armee auch diese Gelegenheit nicht, seinen Ruf aufzubessern und blieb tatenlos. Am Morgen des nächsten Tages hatte Boregat 14.000 Soldaten in den Stellungen östlich Petersburg zur Verfügung. Ihm standen da inzwischen auch das IX-Korps Generalmajor Ambrose Inverid-Burn-Sides, den James überquert hatte. 50.000 Soldaten der Union gegenüber. Generalmajor Hancock führte am späten Nachmittag alle drei Korps in einen Angriff gegen die Feldbefestigungen. Trotz einiger Anfangserfolge wurden die Angriffe der Unionstruppen abgewehrt. Die drei Korps gruben sich nahe der Feldbefestigungen der Konföderierten ein. Am 17. Juni griffen die Unionskorps unkoordiniert an. Das führte zwar zu einigen Erfolgen, endete aber nach Gegenangriffen meist in den Ausgangsstellungen. Boregat ließ die Pioniere neue Feldbefestigungen westlich der Democ-Linie bauen, die die Konföderierten in der Nacht auf den 18. Juni bemannten. General Lee, der nun auch die Absicht Grenz erkannt hatte, befahl zwei Divisionen Boregats Truppen zu verstärken, sodass sie Konföderierten am Morgen des 18. Juni über 20.000 Soldaten verfügten. Der Oberbefehlshaber der Potomek-Armee erreichte den Raum östlich Petersburg in der Nacht auf den 18. Juni und befahl einen Angriff mit vier Korps im Morgengrauen. Völlig überrascht durch die Aufgabe der Democ-Linie scheiterten alle Angriffe an den neuen Feldbefestigungen der Konföderierten. Eines der zur Infanterie umbefohlenen schweren Festungsartillerie-Regimenter, das 1. Mein Heavy-Artillerie-Regiment, verlor 632 von 900 Soldaten. Auch der Retter des linken Flügels der Potomek-Armee bei Gettysburg, Oberst Chamberlain, wurde schwer verwundet. Inzwischen hatten die Hauptstreitkräfte der Nord-Virginia-Armee Petersburg ebenfalls erreicht. Nachdem alle Angriffsbemühungen gescheitert waren, befahl Generalmajor Mede der Potomek-Armee, Feldbefestigungen zu errichten. In den vier Tagen hatte die Potomek-Armee 11.386 und die Konföderierten 4.000 Soldaten als Verluste zu beklagen. Erste Angriffe zur Unterbrechung der Eisenbahnlinien Die Südstaatler versorgten die Nord-Virginia-Armee und Richmond nach den Angriffen der letzten Woche noch über drei Eisenbahnlinien. Die Richmond- und Petersburg-Eisenbahnlinie zwischen Petersburg und Richmond Die Sauzeit-Eisenbahnlinie von City Point, Virginia über Petersburg nach Lynchburg, Virginia, die östlich von Petersburg bereits von der Potomek-Armee genutzt wurde und die Welden-Eisenbahnlinie, Die vom letzten in Konföderierter Hand gebliebenen Seehafen Wilmington, North Carolina nach Richmond führte und den Stellungen der Potomek-Armee am nächsten gelegen war. Grant ordnete am 20. Juni einen Rät zur Unterbrechung des Outside-Eisenbahnlinie an und empfahl Mede einen Tag später einen Vorstoß zur Welden-Eisenbahnlinie. Schlacht an der Jerusalem-Planck-Roth bereits am 20. Juni hatte Mede dem 2. und Teilen des VI. Korps befohlen, die Welden-Eisenbahnlinie abzuschneiden. Während des Vormarsches am 21. Juni ging die Verbindung zwischen den beiden Korps verloren. In diese Lücke stießen am 22. Juni die Divisionen der Brigade-Generale William Mowen und Cadmus Marcellus Wilcox aus dem Konföderierten III. Korps General-Leutnant Ark P. Hiltz. Die beiden Divisionen warfen die beiden Unions-Korps bis zur Jerusalem-Planck-Roth zurück und fügten ihnen hohe Verluste zu. Am Morgen des 23. Juni griffe das II. US-Korps erneut an, fand die von den Konföderierten am vorhergehenden Tag eroberten eigenen Feldbefestigungen verlassen vor und kam bis zur Welden-Eisenbahnlinie vor. Die Soldaten begannen mit der Zerstörung der Eisenbahntrasse als sie von überlegenen Südstaatlern angegriffen wurden. Da das VI. Korps sich nicht in der Lage sah den Vorstoß des II. Korps zu unterstützen, wich das Korps auf die eigenen Feldbefestigungen aus. Die Zerstörungen an der Eisenbahntrasse waren geringfügig, die Konföderierten konnten sie weiter nutzen. Die Feldbefestigungen wurden weiter nach Süden und Westen ausgedehnt. Die Schlacht endete unentschieden. Wilson-Kauts Redmärde beauftragte Brigade-General James Harrison Wilson so viel Schienenstrang wie möglich südlich und südwestlich Petersburg zu zerstören. Grant hielt die Truppenstärke für zu gering und verstärkte Wilsons Division durch die Kavallerie-Division Kauts aus der James-Armee. Am Morgen des 22. Juni brachen 3300 Mann und zwei Artillerie-Batterien auf. Sie zerstörten sieben Meilen Eisenbahnschienen der Welden-Eisenbahnlinie bei Riems Station und rollendes Gut. Noch am selben Tag ritten die beiden Kavallerie-Divisionen weiter nach Westen und setzten das Zerstörungswerk an der Southside-Eisenbahnlinie fort. Am 23. Juni griff konfederierte Kavallerie die Nachhut Wilsons an. Kauts und Wilsons Divisionen wichen nach Westen entlang der Eisenbahnlinie aus und zerstörten dabei ungefähr 30 Meilen Gleise. Am 24. Juni wandten sich die US-Divisionen nach Südwesten und begannen die Eisenbahntrasse der Richmond- und Danville-Eisenbahnlinie zu zerstören. Am 25. Juni wollte Wilson die Eisenbahnbrücke über den Staunten zerstören. Die Brücke wurde von ungefähr 1.000 Mann konfederierter Heimwehr aus Feldbefestigungen und durch Artillerie verstärkt gesichert. Während des Gefechts an der Staunten River Bridge griff Kauts Division mehrmals an, wurde aber jeweils abgewehrt. Gleichzeitig wurde Wilsons Nachhut erneut von General Major William Henry Fitzjullis Kavalleristen angegriffen. Trotz nur geringer Verluste beschlossen Wilson und Kauts den Rät abzubrechen und zu den eigenen Linien an der Welden-Eisenbahnlinie zurückzukehren, die sich nach Angaben General Major Mietz in der Hand der Potomac-Armee befinden sollte. Während des Rückmarsches lieferten sich die konfederierten Kavalleristen ständig Geplänkel mit der Nachhut der ausweichenden Unionskavallerie. Um der Bedrohung zu begegnen hatte General Le General Major Wade Hamptons mit dem Abfangen der Unionsdivisionen beauftragt. Am 28. Juni erreichten Wilson und Kauts die Welden-Eisenbahnlinie 17 Meilen südlich von Petersburg. Dort trafen sie auf Kavallerie aus Hamptons Kavalleriekorps und Infanterie. Im Gefecht bei der Saponie Church versuchten sie durchzubrechen, wurden jedoch abgewehrt. Am Abend griff auch die Kavallerie-Division ließ ein. Wilsons und Kauts Divisionen gelang es jedoch im Schutze der Dunkelheit nach Norden zu entkommen. Am 29. Juni näherte sich die Division Kauts von Westen Riems Station. Dort befand sich jedoch keine Unionsinfanterie, sondern eine Division der Konfederierten. Es entwickelte sich das erste Gefecht an der Riems Station. Der Durchbruchsversuch der Unionskavallerie blieb erfolglos. Durch einen Gegenangriff der Konfederierten wurden die Divisionen von Wilson und Kauts in den Flanken angegriffen. Auf die Bitte um Entsatz veranlasste Mede, dass sowohl das VI-Korps als auch Teile von Schereidens Kavalleriekorps in Richtung Riems Station marschierten. Als diese am Abend dort eintrafen, waren die Divisionen Wilsons und Kauts verschwunden. Diese verbrannten ohne Aussicht auf Hilfe ihren Tross, machten die Geschütze unbrauchbar und flohen nach Süden. Die eigenen Linien erreichten die Nordstaatler erst am 1. Juli. Als Ergebnis des Ritts waren 60 Meilengleise zerstört worden. Der Schaden konnte von den Südstaatlern schnell behoben werden. Die Verluste der beiden Divisionen betrugen 1.445 Soldaten. Während Wilson dieses Ergebnis als strategischen Erfolg bewertete, ordnete Generalleutnant Grant es als beinahe Fiasko ein. Operationen Ende Juli Generalleutnant Oehlis erfolgreicher Rät durch das Chen Antuartal-Zwangrand, zur Verteidigung Washingtons ein Chor aus der Front vor Petersburg abzuziehen. Am 24. Juli befahl er deshalb Generalmajor Mede die Welden-Eisenbahnlinie zunächst nicht weiter anzugreifen. Gemeinsam mit dem Oberbefehlshaber der Potomac-Armee sah er keine Möglichkeit für offensive Aktionen. Am 25. Juni hatte der kommandierende General des IX-Kors-Generalmajor Burns Eid bei Mede und Grant beantragt, mit einer Mine unter den gegnerischen Stellungen einen Frontvorsprung der Konföderierten zu beseitigen. Widerwillig stimmten beide zu, in erster Linie wohl deshalb, weil dadurch die Soldaten beschäftigt waren. Das vordringlichste Ziel Grands war, Lee daran zu hindern, Verstärkungen in den Westen zu senden, um General Johnstone im Kampf gegen Generalmajor Sermon zu verstärken. Je weiter die Vorbereitungen für das Zünden der Mine gerieten, desto mehr erkannten Grant und Mede die Möglichkeit eines frontalen Angriffs auf Petersburg. Erste Schlacht bei die Portem Grand Befall der Potomac-Armee mit dem II. Korps Generalmajor Hancocks und Teilen des Kavalleriekorps unter persönlicher Führung Generalmajor Sher-Eidens einen Vorstoß nördlich des James durchzuführen. Ziel der Operation sollte die Zerstörung der Eisenbahnbrücken der Virginia Central Eisenbahnlinie über den Chicago-Money sein, wobei dem II. Korps die Sicherung des Ausweichens der Kavallerie zufallen sollte. Sobald General Lee von den Truppenbewegungen erfuhr, verstärkte er die Truppen südlich von Richmond um insgesamt 16.500 Mann aus dem Wehrbezirk Richmond und den Stellungen vor Petersburg. Die Südstaatler bezogen am südlichen und östlichen Rand der New Market Heights Feldbefestigungen. Am 27. Juli wurde der Angriff von Sher-Eidens Kavallerie östlich der New Market Heights durch einen Gegenangriff abgewehrt. Das II. Korps beschränkte sich den Rest des Tages auf Aufklärung. Am 28. Juli griff das Kavalleriekorps Sher-Eidens erneut die linke Flanke der Konföderierten an. Der Angriff wurde wiederum abgewehrt. Der Kavallerie gelang es wegen ihrer überlegenen Feuerkraft jedoch, 200 konföderierte Soldaten gefangen zu nehmen. Generalleutnant Grant brach die Operation am Nachmittag des 28. Juli ab und unterstellte das Kavalleriekorps wieder der Potomac-Armee, bei der es auf dem linken Flügel eingesetzt werden sollte. Grant zeigte sich mit dem Ergebnis der Schlacht zufrieden. Zwar hatte die Operation keinen Einfluss auf die Operationen Earlies vor Washington aber Lee hatte, um auf die Bedrohung bei Deep Bottom zu reagieren, Truppen aus den Stellungen vor Petersburg abziehen müssen. Grant sah es deshalb als günstig an, seinen Angriff auf Petersburg beim IX. Korps-Generalmajor Burns als mit der Sprengung einer Mine fortzusetzen. In einem Gespräch ließ mit Präsident Jefferson Davis am Nachmittag des 27. Juli Bart Davis Lee zu überdenken, ob es nicht an der Zeit wäre, Earlies Auftrag abzubrechen. Lee antwortete, die Verluste der Union betrugen 488 Soldaten, die der Konföderierten 679 Krater Schlacht Hauptartikel, um einen bis auf 40 Meter an die eigenen Stellungen heranreichenden Frontvorsprung der Konföderierten zu beseitigen, ließ der Kommandierende General des IX. Korps-Generalmajor Ambrose Burnside einen 500 Meter langen Stollen unter den Frontvorsprung graben. Am Ende des Stollen sollte eine Sprengladung gezündet werden und die Konföderierten durch die entstandene Bresche angegriffen werden. Ziel des Angriffs sollte eine ungefähr 450 Meter hinter den Konföderierten Stellungen gelegene Höhenrippe sein, von der aus direkt nach Petersburg gewirkt werden konnte. Durch die erste Schlacht bei Deep Bottom gelang es den Nordstadtland Lee zum Abzug von Truppenteilen aus der Front vor Petersburg zu bewegen. Grant setzte deshalb den Angriffsbeginn auf den 30. Juli fest. Merde stellte die Demi-X-Korbenachbarten-Kor bereit, um einen Erfolg sofort ausnutzen zu können. Wenige Stunden vor Angriffsbeginn befahlen beide Oberbefehlshaber Burnside, nicht die vorgesehene und für genau diesen Angriff vorbereitete aus Schwarzen bestehende 4. Division einzusetzen. Während Merde diesen Befehl mit mangelnder Zuversicht in die Leistungsfähigkeit der Soldaten der IV-Division begründete, sagte Grant später vor dem gemeinsamen Komitee für die Kriegsführung. Wenn der Angriff misslänge, wäre gesagt worden, wir hätten diese Menschen vorgeschickt und verheizt, weil sie uns nicht wert seien. Die Explosion fand im Morgengrauen statt und erzeugte einen 10 Meter tiefen, 20 Meter breiten und 60 Meter langen Krater. Ein konföderiertes Infanterieregiment und eine Artilleriebatterie wurden durch die Explosion vernichtet oder vom Schutt begraben. Benachbarte konföderierte Truppenteile flohen vor Angst. Die angreifenden Unionssoldaten hielten an und bestar unten den Krater. Wegen mangelnder Geländekenntnisse, nicht eindeutiger Befehlsgebung und Fehlenderführung führten die Kommandeure ihre Brigaden durch den Krater, anstatt um den Krater herum in die Flanken der konföderierten Stellungen zu führen. Auch die beiden folgenden Divisionen folgten dem Beispiel der vorderen Division. Das Durcheinander erreichte einen Höhepunkt als konföderierte Artillerie und Mörser sich auf die Menschenmasse im Krater eingeschossen hatten, was zu einer Flucht der Soldaten aus dem Krater führte. Die Flüchtenden hatten jedoch ohne Leitern Schwierigkeiten den Kraterrand zu erreichen, was das Chaos weiter vergrößerte. Wenigen Offizieren gelang es ihre Einheiten zu sammeln und beiderseits des Kraters vorzugehen. Diese Einheiten liefen jedoch in einen inzwischen begonnenen Gegenangriff der Konföderierten hinein und ergriffen die Flucht. Durch dieses Durcheinander mühten sich gegen 8 Uhr die Verbände der Farbigen 4-Division. Sie gerieten in den Schwerpunkt des Gegenangriffs der Konföderierten unter Brigade General Maun. Wie auf anderen Schlachtfeldern waren viele konföderierte Soldaten über den Neger in Uniformen sehr aufgebracht und ermordeten viele, als sie sich ergeben wollten. Das IX-Korps verlor über 3.798 Soldaten, davon ein Drittel aus der 4-Division gegenüber weniger als der Hälfte bei den Konföderierten. Die gesamte Schuld an diesem Desaster schoben Medde und Grand General Major Burns Eid und seinen Divisionskommandeuren zu. Die Dienstposten des kommandierenden Generals und der Divisionskommandeure wurden neu besetzt. In einer Nachricht an den Chef des Stabes General Major Halleck schrieb Grund am 1. August. Das war das schlimmste Ereignis dessen Augenzeuge ich während des Krieges war.